Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich die WORX Landroid Räder wechseln und somit natürlich auch das Rad tauschen kann, wenn sich einfach dein Mäh- bzw. Rasenroboter immer wieder festfährt. Wenn du Bock dafür hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Unser WORX Landroid M500 Plus hinterlässt seit dem Frühjahr immer wieder solche unschönen Stellen, bei denen die Räder einfach nicht genug Grip haben, durchdrehen und sich somit natürlich auch immer tiefer festfahren. Das liegt übrigens hauptsächlich daran, dass der Mäh-Roboter hier hinten einfach etwas zu leicht ist und somit vor allem bei einem etwas uneberen Rasen doch einfach zu wenig Traktion hier unten hat. Die Lösung hierfür sollen solche speziellen Offroad-Räder sein, die leider nicht als Standard mit dabei sind. Die sind aber nochmal deutlich schwerer als unsere normalen Standardräder und vor allem auch ist hier der Abstand von diesen Zähnen noch einmal etwas größer, wodurch wir natürlich auch nochmal besseren Grip haben. Zuerst einmal sollten wir auf jeden Fall unseren Mäh-Roboter komplett ausschalten und ich persönlich nehme dann auch relativ gerne immer noch den Akku raus, dass wir hier natürlich auf Nummer sicher gehen und dann können wir das Ganze auch schon mal ganz einfach auf eine weiche Oberfläche oder zum Beispiel auf unseren Rasen umlegen. Im nächsten Schritt können wir auf der Innenseite auch schon so eine kleine Öffnung sehen, wo ich zum Beispiel mal mit einem flachen Schraubendreher jetzt das Ganze nach außen drücke und somit auch schon meine Radkappe hier außen ganz einfach entfernen kann. Darunter befindet sich dann auch schon die entsprechende Mutter, die ich mal mit einem passenden Gabelschlüssel oder zum Beispiel auch mit so einer Armaturenzange gegen den Uhrzeigersinn abdrehen kann. Hierfür am besten mit der anderen Hand auch noch das Rad festhalten und dann können wir auch schon die Mutter diesen kleinen Ring und unsere Beilagscheibe herunternehmen. Und darunter befindet sich auch nochmal so eine Gewichtplatte und wir können das Rad schon ganz einfach abziehen. Falls es bei dir darunter sehr dreckiges bzw. sehr viel getrocknetes Gras darin ist, können wir diesen natürlich jetzt super entfernen und danach geht es darum, dass wir mal unser neues Rad auch schon richtig aufsetzen. Hierfür müssen wir nur darauf achten, dass sich hier außen so eine Verzahnung rum befindet. Das Gegenstück haben wir übrigens hier drinnen auch. Bedeutet, wir müssen einfach mal das Rad hier drauf geben und dann so lange hin und her drehen, bis es natürlich auch am Ende ordentlich einrastet. Eine zusätzliche Gewichtsplatte gibt es hier nicht mehr, weswegen wir auch schon unsere Beilagscheibe, unseren Federring und natürlich auch unsere Mutter hier aufsetzen können und das Ganze dann auch mit Gefühl schon festschrauben. Wenn alles passt, können wir auch schon die neuen Radkappen mal richtig aufsetzen. Hierbei eigentlich nur darauf achten, dass natürlich diese Nasen auch in die entsprechenden Öffnungen hier unten hineingehen und dann mal mit etwas Druck einfach hineindrücken. Das selbe Spiel habe ich jetzt natürlich bei dem anderen Rad genauso gemacht und danach können wir auch schon mit gutem Gewissen mal unseren Mähroboter wieder umdrehen, den Akku natürlich dementsprechend wieder einsetzen und den Rasenroboter dann auch schon wieder anschalten. Das schaut doch super aus und somit haben wir jetzt auch schon die Räder von unserem Works Landroid richtig gewechselt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch hochwertige Räder, einen Mähroboter oder natürlich auch weiteres Zubehör zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.